Tag allerseits, wir sind heute hier im wunderbaren Heidelberg bei schönem Sonnenschein und werden heute mit der Nadine in ihrem Garten kochen. Ein Dreigangmenü mit den Bestandteilen Pfirsich, Burrata und Pfifferling. So, hey Nadine. Hi. Wollen wir loslegen? Ja klar, komm rein. Super. So, dann würde ich sagen, ziehen wir mal die Schürzen an. Zitronen dazu. Und jetzt werden wir mit den Michis da ein bisschen Gas geben. Volle Puppe. Das ist ja echt total easy. Einfach hochschieben. Ja, guck mal, mach es mal. Halt mal die Hand drüber. Du merkst das schon direkt, ja? Ja, gib Gas. Okay. Und jetzt kommt es rein. Das Fleisch ist fertig. Ja? Das kann man essen. Mahlzeit! Machen wir jetzt noch das Dessert zu guter Lützt. Oh, sieht das gut aus. Ja, ja. Wir haben heute mit dem Michis da drei plus gekocht und ich wollte mal fragen, was waren für dich so die Highlights beim Kochen oder wo du sagst, das konnte ich wenigstens mitnehmen? Ich habe mit dem Dessert vorher in der Theorie nicht so viel anfangen können, aber das war der absolute Oberhammer. Ja? Also, ja, war richtig lecker. Finden übrigens alle da hinten genauso. He, 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 He Untertitelung des ZDF, 2020